Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College reinhörst oder vorbeischaust. Heute möchte ich mit euch über sechs Faktoren reden, die die Zukunftsfähigkeit von sehr vielen Supply Chains oder Lieferkettenunternehmen vor große Herausforderungen stellen. Also jetzt auch im Titel habe ich ja gewählt Anpassung oder Untergang. Und das ist auch hier schön in dem Buch von John Gartona und Deborah Ellis beschrieben in Transforming Supply Chains. Was steht da so schön im Englischen? Adapt or Die. Das heute wird eine kurze Solo-Podcast-Folge und das ist so ein bisschen so eine kleine Auftakt-Folge. Wenn die gut ankommt und ich über die Podcasts und YouTube-Videos einige gute Kommentare oder Rückfragen bekomme, dann würde ich eben dieses Buch verwenden und mit euch auch mal ein bisschen aufarbeiten, was eben John Gartona als absoluter Supply Chain-Experte und Thought Leader eigentlich so vorschlägt, wie man die Supply Chains transformieren kann, um eben mit diesen Herausforderungen, auf die wir gleich eingehen, besser umgehen zu können. Schon mal in die Tasten haut und mir Feedback geben. Und wenn es kein Feedback kommt, dann hoffe ich, dass trotzdem ihr irgendwas mitgenommen habt. Jetzt in diesem Podcast gehen wir mal auf ein paar Trends, aktuelle Risiken zum Beispiel oder Herausforderungen ein, denen sich die Unternehmen eben herumschlagen und vor allem die Lieferketten der Unternehmen sich auseinandersetzen müssen. Problem Nummer eins, politische Instabilität. Da geht es zum Beispiel auch darum natürlich, welche Regierungen in den einzelnen Ländern an der Macht, sage ich mal, sind, gewählt wurden, welche Politik sie dort vorantreiben. Eher eine nationalistische Politik, eher eine vielleicht globale, weltoffene Politik. Ich möchte hier gar keinen politischen Channel machen, deshalb werde ich mich da auch sehr, sehr zurückhalten, was ich von der einen oder anderen Richtung halte. Aber das hat natürlich einen Einfluss. Das kann von der einen auf die andere Seite umschwenken. Oder wie wir es auch sehen, zum Beispiel in Deutschland. Je nachdem haben einige politische Entscheidungen natürlich auch Einfluss auf Energiekosten und so weiter. Auch wenn man vielleicht langfristig einen guten Plan hat, hat es vielleicht temporär auch mal negativen Einfluss und so weiter und so fort. Andere Themen, die uns die letzten Jahre betroffen haben, was Politik betrifft, ist zum Beispiel der Brexit in Europa, wo wir eben auch da gesehen haben, dass die Lieferketten eine ganze Weile gebraucht haben, um sich wieder zu justieren, zu finden. Es gibt immer wieder das Risiko bei politischer Instabilität, auch was Handelshemmnisse oder Zölle betrifft, damit auch die Kosten, die Inputkosten zum Beispiel, auch absolut aus dem Ruder laufen lassen können. Die Beschaffungskosten meine ich damit von einigen, zum Beispiel weiterverarbeitenden Unternehmen oder auch Handelsunternehmen. Dann haben wir natürlich auch in den letzten Monaten sehr, sehr stark Themen wie den Sucheskanal mitbekommen, wo dann die ganzen Themen wie Durchlaufzeiten, Bestellvorlaufzeiten und so weiter aus dem Ruder gelaufen sind. Auch da einen Kosten, zumindest mal einen temporären Kosteneffekt, einen Kostenschock verursacht hat, bis sich alles wieder eingerenkt hat, wobei das meist nicht aufs normale Level zurückfällt, sondern immer ein ganz, ganz kleiner Mehrpreis, kann man schon sagen, so ein inflationärer Faktor hängen bleibt auf den Kostensätzen. Gesetzgebung ist ein wichtiges Thema. Auf EU-Ebene wie deutscher Ebene nehmen wir mal das ganze Lieferkettengesetz. Und da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist. Da sind sehr, sehr viele gute Ideen drin. Die Frage ist halt natürlich, wie wird es umgesetzt? Macht man dort einen Alleingang national? Betrifft es global alle Unternehmen? Hat man dort Wettbewerbsvor- oder Nachteile aufgrund von diesen Gesetzgebungen? Da muss auch noch die Zeit zeigen, in welche Richtung es wirklich geht. Aber das hat definitiv einen Effekt. Und man muss natürlich dann seine Lieferkette, je nachdem, in welchem Land man sich setzt, entsprechend darauf ausrichten, um mit dieser neuen Gesetzgebung, den neuen Einschränkungen, Vorschriften, Transparenz nachweisen, was auch immer, entsprechend umzugehen. Oder man, was ich noch dazu sagen kann, da habe ich aber hier einen eigenen längeren Podcast über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon gemacht. Es geht natürlich auch so weit, dass man dann auch für Lieferanten, Vorvorlieferanten, etc. gewisse, ich nenne es jetzt mal leihenhaft, Verantwortung übernehmen sollte. Und dort ein gewisses Wissen aufbauen muss, was man vielleicht heute noch gar nicht im Unternehmen hat, auch vielleicht gar nicht das Personal hat, und so weiter und so fort. China, Taiwan, Iran, Israel, Russland, Ukraine, all solche Themen sind natürlich auch politische Instabilität. Gehen wir mal weiter zum Problem Nummer zwei. Ich traue mich es gar nicht auszusprechen, das ist mal Klimawandel. Und mir geht es jetzt hier nicht darum, ist der Klimawandel menschengemacht, etc. Generell bin ich ein absoluter Befürworter, dass man nachhaltig agieren sollte. Und nachhaltig vor allem meine ich ressourcenschonend. Man sollte eben mit seinen Ressourcen, mit der Umwelt gut umgehen, ohne natürlich in irgendwelche Hysterien zu verfallen. Und hier geht es mir vor allem bei dem Punkt heute für den Podcast darum, ich komme ja vor allem, ich habe fast 20 Jahre im Nahrungsmittel-Getränke-Bereich gearbeitet, in Lieferketten. Und da merkt man das extrem. Die Wetterabhängigkeit, Dürren, Ernteausfälle. Oder in manchen geografischen Gegenden, keine Ahnung, Australien, Kalifornien, gibt es große Themen manchmal. Oder Griechenland hatten wir auch schon mit Waldbränden. Nennen wir es mal generell Wetterkapriolen, wie Flutdürre hatte ich auch gerade schon angesprochen. Um was geht es mir hier? Es macht natürlich total Sinn, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Weil ich glaube, der Korridor, in dem wir uns bewegen, wird enger und enger und enger. So wie in einem Film, wenn zwei Wände so auf einen zukommen. Weil eben da, Nummer eins, politische Themen, vielleicht aber auch NGOs, die Bevölkerung, was auch immer, gewisse Anforderungen oder Erwartungshaltungen auch an die großen Unternehmen, vor allem mal im ersten Schritt und dann aber auch an die mittelgroßen und irgendwann kleineren Unternehmen stellen wird. Und das ist natürlich immer noch ein Spagat. Kosten, Nutzen sind manchmal zu hinterfragen. Aber ich glaube hier auch, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen, eben langfristig darauf gefasst zu sein. Vielleicht auch manchmal eine Innovation oder so auch mal zu finden, weil man mit anderen Inputmaterialien arbeiten wird, weil man andere Lieferanten suchen wird, weil man andere Herstelltechnologien sich vielleicht mit auseinandersetzt, weil man vielleicht andere Logistikwege erkunden wird und so weiter. Also ich glaube dran, sich damit auseinanderzusetzen, kann langfristig ein Erfolgsfaktor sein. Ich weiß aber auch, kurzfristig kann das zu extremen Trug und auch höheren Kosten führen, wo man dann ein bisschen eben die Balance halten muss. Und auch hier gibt es schon Videos, wie man mit Nachhaltigkeit in der Supply Chain Planung oder generell in der Entwicklung oder in der Lieferkette umgehen kann. Problem Nummer drei und den Ausdruck finde ich ganz cool. Ich habe jetzt keinen besseren deutschen Ausdruck dafür gefunden. Überisierung der Lieferkette. Also ihr kennt ja Uber oder Uber oder wie auch immer man es richtig ausspricht, die App, die so ein bisschen Konkurrenz zu den Taxen, zu den Taxis ist, aber jetzt auch ein bisschen in die Logistik, sage ich mal, reingeht oder bei Lieferdiensten zum Beispiel in Amerika und so weiter ganz, ganz stark mitspielt. Und mit der Überisierung der Lieferkette hier ist gemeint, dass aufgrund des rapiden technologischen Fortschritts, auf den kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, dass immer bessere Datenaustausch, Vernetzung stattfindet und dadurch sich eine Möglichkeit ergeben könnte, dass wir die, nennen wir es mal Supply Chain Assets, also Lager, Transport, Herstellung will ich jetzt noch gar nicht so weit gehen, dann bleiben wir mal bei Lager und Transport, das sind doch ziemlich simple Dinge, dass man die viel, viel besser sich auch teilen kann mit passenden Unternehmen. Das müssen nicht mal Konkurrenten sein, das kann aus ganz anderen Branchen sein. Dadurch kommen bessere Auslastungen zustande, dadurch kommen niedrige Transaktionskosten zustande, bessere Nachhaltigkeit, was auch immer. Also das sind Trends, mit denen man sich beschäftigen sollte, um vielleicht auch die Lieferketten generell mehr zu öffnen zwischen den verschiedenen Unternehmen. Was sind da die Vor- und Nachteile? Lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Das möchte ich euch mal nur so als Gedankenansatz mitgeben und da möchte ich selber noch sehr, sehr viel lernen. Also der effiziente Einsatz von Technologie, Weiterentwicklung von Technologie ist dort natürlich eine Grundvoraussetzung. Problem Nummer vier. Social Media. Damit, da sind mir so zwei, drei Dinge so durch den Kopf gegangen. Einmal natürlich das Thema Kundenverhalten. Es gibt viel sporadischeres Kundenverhalten, wenn gewisse Produkte gehypt werden oder auch gebasht werden online. Da müssen, eben gibt es Nachfrageschwankungen. Social Media kann aber auch einen super negativen Effekt haben, wenn gewisse Interessesgruppen, nenne ich mal, sich auf Unternehmen einschießen und irgendwas bemängeln. Ob das jetzt berechtigt oder nicht ist, da geht es mir hier gar nicht drum auf diesem Kanal. Aber das kann einen direkten Effekt haben. Auch da wieder auf die Nachfrage einwirken, kann sogar zu Boykotten führen, kann, ja, siehe Tesla, in Berlin letztens, kann sogar so weit gehen, dass vielleicht Interessensgruppen auch Anschläge, das hört sich jetzt so negativ an, aber ist leider schon vorgekommen, auf die Infrastruktur von Unternehmen, auf die Logistikwege etc. planen, Lager in Brand setzen irgendwo in der Welt, wo vielleicht die Sicherheitsvorkehrungen nicht so hoch sind oder was auch immer. Das ist natürlich absolut nicht gut zu heißen, aber das sind Risiken, die über Social Media meiner Meinung nach größer werden, weil man sich da viel besser vernetzen kann, auch teilweise Fake News geteilt werden und so weiter. Auf der guten Seite kann man aber auch sehen, das kann im positiven Sinne auch Druck auf die Unternehmen auswirken, um entsprechende Praktisen, Praktisen, sorry, ich bin immer schlecht im Deutsch, zu hinterfragen. Ja, und da ist die Frage, hat euer Unternehmen, habt ihr Social Media Themen, die auch eure Supply Chain vielleicht beeinflussen, dann in euren Unternehmen, habt ihr das auf dem Radar, wie geht ihr damit um, habt ihr da schon mal Erfahrungen gesammelt, ja oder nein, lasst mich das doch auch mal wissen. Gehen wir zum nächsten Problem, Problem Nummer 5, vorletztes Problem, Volatilität auf die Nachfrage, aber auch die Supply-Seite, also Nachschub-Herstell-Seite, sage ich mal, Beschaffungs-Seite, habe ich jetzt hier und da schon bei den anderen Punkten ein bisschen angerissen, Durchlaufzeitschwankungen, Nachfragschwankungen, also mehr Volatilität, die reinkommen, sieht man auch schön beim Supply Chain Presser Index, der von der Fed regelmäßig oder monatlich veröffentlicht wird, wie geht ihr damit um, wie könnt ihr die Resilienz steigern, agiler, flexibler vielleicht werden, was bedeutet das für eure Kosten, wollt ihr überhaupt agiler, flexibler werden oder wollt ihr jede Nachfrageschwankung, zumindest die nach oben ausbricht, mitnehmen, könnt ihr das, wollt ihr das, könnt ihr euch das leisten, diese Balance in der Nachfrage, Demand-Supply-Balance, wie wollt ihr die halten in eurem Unternehmen, das beschäftigt viele Lieferketten und da müsst ihr euch drauf einstellen, denn eine agile Lieferkette ist eine andere Lieferkette als eine kostengünstige Lieferkette und wie geht ihr damit um, habt ihr mehrere parallele Lieferketten, was eben hier in diesem Buch beschrieben wird, da können wir, wenn das Video gut ankommt, können wir da mal ein bisschen drauf eingehen, eigene mehrere Videopodcasts zu drehen und vielleicht auch mal Gäste einladen. Dann letzter Punkt, Problem Nummer 6 und das habe ich eigentlich schon angesprochen, ist die rasante Entwicklung der Technologie, da geht es mir vor allem darum, keine Ahnung, Tracking-Apps richtig einzusetzen, Door-to-Door, Port-to-Port, setzt ihr euch mit Drohnen-Technologie, was Lieferungen von, keine Ahnung, Proben betrifft, von Krankenhaus zu Krankenhaus, auseinander, setzt ihr euch mit eben dem Backbone an Technologie auseinander, wie ihr euch eben mit anderen Unternehmen mehr vernetzen könnt, was Datenaustausch, Bedarfsaustausch betrifft, wie seid ihr mit euren Lieferanten angebunden, Dienstleistern angebunden und da ist ein ganz großes Thema bei der Technologie, gerade die größeren Unternehmen, mittelgroßen bis ganz großen Unternehmen, haben natürlich ein Problem mit ihren ganzen, nennen wir es mal, Sollbruchstellen bei der Systemplattform, die man verwendet. Wie flexibel sind eure Systeme, mit anderen Systemen zu kommunizieren? Seid ihr permanent dran, Dinge zu customisen, die dann wieder nicht synchronisiert werden können, so einfach mit Stakeholdern, mit Stakeholdern, sage ich mal, Firmen externen Stakeholdern und so weiter und so fort. Also das sind Themen, mit denen müsst ihr euch auseinandersetzen, eine flexible Infrastruktur der Technologie schaffen, um eben dann mit der Rasantentwicklung ja mithalten zu können und auch mal hier und da kleine Testballons zu starten, euch anzudocken, an Lieferanten, an Kunden, an Dienstleister, kleinere Systemmodule vielleicht mal zu kaufen, als immer nur bei den großen Softwareherstellern oder Häusern zu bleiben und so weiter und so fort. Also wie geht ihr damit um? Technologie eben einmal die Systeme, da geht es mir vor allem drum, aber auch Themen, deshalb habe ich Drohnen am Anfang genannt, mit allen technologischen Sachen, die jetzt kommen, die in der Logistik, im Transport Einzug halten, fahrerlose Systeme, Cobots, Robots, was auch immer, das kann man da alles reinschmeißen, wo ihr dann mit dem Fachkräftemangel vielleicht besser umgehen könnt, wo ihr vielleicht auch Kostenvorteile habt, vielleicht auch Nachhaltigkeitsvorteile habt, und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, die Lieferketten stehen vor ganz großen Herausforderungen, ich sehe das als eine Riesenchance und ein Riesenspaß auch in Lieferketten zu arbeiten in den nächsten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. Und wie transformiert ihr eure Lieferkette? Wie geht man damit um? Wo fängt man an? Ein Punkt kann auch in diesem Buch beschriebenen Outside-In-Design-Ansatz sein, da lese ich auch immer mehr in meinem Netzwerk auf LinkedIn, mit diesem Thema werde ich mich sehr, sehr stark beschäftigen. Wenn euch das interessiert, ihr schon eine Meinung habt etc., dann können wir gerne mal zusammen auch einen Podcast dazu machen oder stellt mir da Fragen dazu, dann lese ich mich da noch mehr ein in das Thema und dann machen wir auch noch mal einen eigenen Beitrag dazu. Ja, wie transformiert ihr eure Supply Chain? Lasst mich wissen. Ich hoffe, es hat euch wie immer mal ein paar Ideen gegeben in diesem kurzen Solo-Podcast, was so auf euch zukommen kann. Ich hoffe, ihr fühlt euch bestätigt mit Themen, mit denen ihr euch hoffentlich schon beschäftigt, auch in euren Unternehmen, in eurer Weiterbildung und was auch immer. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, teilt das Video, den Podcast, lasst ein Like da. Das würde mir sehr weiterhelfen und mir mehr Motivation geben für immer mehr Content für euch. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo. Ciao. 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 Vielen Dank.